Auch für diese Krabbe gibt es kein Entkommen. Für das Krabbenfest auf der Insel Lanyu fangen traditionell die Frauen des Ureinwohnervolks der Dawu-Krabben ein, um daraus Gerichte für die Männer zu kochen. Aus Dank für deren harte Arbeit. Abgesehen von den Krabbengerichten ist eine weitere Besonderheit des Krabbenfests, dass an den Häusertüren Krabbenfüße aufgehängt werden. Das Krabbenfest wird im April in allen Ortschaften Lanyu gefeiert und gewährt dem Besucher einen etwas anderen Blick auf die Kultur der dortigen Ureinwohner.